Schön, dass wir uns sehen und nicht nur hören. Ich bin's, der Tapper von den Radio-SRW-Mucke-Fuchs. Hallihallo! Ja, wir haben alles für euch vorbereitet, damit Ostern 2020, auch wenn es gefühlt vielleicht ein bisschen anders ist, trotzdem richtig bunt und schön für euch wird. Tausende Musikwünsche habt ihr uns geschickt, im Web und per App, am Telefon, per Post Und der ein oder andere hat den Osterhasen sogar persönlich geschickt. Aus euren Wünschen und Nachrichten haben wir dann eine Mega-Playlist mit unzähligen Super-Hits gestrickt. Naja, also im übertragenen Sinne. Feiert Ostern mit dem Mega-Ei 4.0. Tanzt! Und liegt euch in den Armen zu euren Lieblings-Super-Hits. Oh, und für gutes Wetter haben wir uns auch eingesetzt, oder? Witterexperte von Gabel? Wir freuen uns auf euch, wenn ihr Ostern mit uns, mit dem Mega-Ei 4.0 verbringt. Und bleibt gesund. Das Mega-Ei 4.0 mit Radio-SRW und mit euch. Das Mega-Ei 4.0-Mod just auf euch. Bis das Video wie schon vor.